Hey, was ist denn da besser? Soll das ein Witz sein? Ich brauche jetzt eine verdammte Schlüsselkarte! Ich weiß es nicht genau. Oh, Leichenfleddern! Was bewegt sich hier noch? Ist da einer drin? Wir können nur hoffen, dass die alle... Hm, staubig sind. Alter, ich will das gar nicht. Nur ein Zettel! Sparky20! Vielen Dank für deinen Follow! Du geiles Stück, du! Supergeil! Herzlich willkommen zu der Until Dawn Horror Night. Genau, einmal Until Dawn von vorne bis hinten am Stück. Bis in die frühen Morgenstunden. Name Nicholas Bone. Okay. Angriff durch Insassen, tödliche Fleischwunde am Halt. Warte mal, Bone, wer war das? War das der leitende Reporter? Ja, ich glaube. Oder Redakteur oder irgendwas? Oder Machen der von der Presse jemanden? Von der Presse jemanden, glaube ich. Alter, das ist die Klappe, die sich bewegt. Willst du mich verarschen? Also nicht die hier, die links, daneben. Okay. Ist cool. Zettel. Auch keiner drin. Gut. Keiner drin ist immer eine tolle Sache. Hätte die Zettel jemand hingelegt, weißt du? Mhm. Name der verstorbenen Person, Sarah Smith. Ich bestätige hiermit... Sarah Schmidt. Schmidt. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom bla 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 bis zum bla 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 gekümmert und zuletzt am bla 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 lebend gesehen habe. Todesursache, schwere Fleischwunden am Unterleib, intraabdominale Verletzungen, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde, Gewalt, bitte das folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord, Mord, aller Verletzungen, Fleischwunde, scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Unten. Unterleib, Fingernägel. Nice. Bär. Da hat der Bär mal was weggestellt. Bär hat ihn weggestellt, genau. Zusätzliche Anmerkung, bitte das Feld auf der Rückseite bla 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 und so weiter. Gezeichnet Dr. M. Bowen. Scheiße, das war halt auch nicht. Dann ist es der Arzt. Ja. Zusätzliche Anmerkung, die Leiche wurde erst 6-8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer verspeist. Lecker. Geil. Finde ich gut. Nennt man auch Menstruation. Was haben deine Fingernägel dann da zu suchen? Das hat nichts zu tun. Okay, das Ding, die Klappe hat sich eben bewegt. Wenn ich nicht angefangen habe rumzuspinnen. Hast du. Typ. Der ist noch nicht ganz weg. Scheiße, ist das krank. Lecker. Der sieht nicht... Alter! Der hat eine Ratte gegessen. Nebst du dir? Und wir haben die Schlüsselkarte. Sehr geil. Gott sei Dank. Nice. Sehen wir mal. Kann man das denn nochmal angucken? Hübsch. Und jetzt ein Selfie. Eigentlich nicht zum Lachen, ne? Nein. Okay, nee, halt. Zur Kapelle geht's hier lang. Das ist, glaube ich, auch nur eine Karte für die Kapelle, ne? Ich geh jetzt nicht den ganzen Weg zurück zu der anderen Tür. Das kannst du abhaken. Wobei das, glaube ich, die Kapelle von der anderen Seite ganz einfach... Auch ist, ne? Mhm. Open. Interessant. Schön mitnehmen wieder. Brav. Schlauer Junge. Open. Open. Weiter geht's. Oh Gott, hier ist nix. Oh nein. Ich erinnere mich daran. Hm, ich mich auch. Alles cool. Treppenstufen, alles gut. Hm, war das nicht. Oh, Alter! Oh, verfecktes Vieh, Alter! Boah! Alter! Boah, fucking! Alter! Lauf, Junge, lauf! Ihr Pisser, ey! Heilige Scheiße! Keine... Da ist der Typ! Mach's gut! Und er schließt ab. Alter, das, das, das war... Boah! Ich dachte, er ist eng und doch nicht! Boah! Ja, ich dachte, es ist auch gerade... Nein, Psycho! Ja, auf jeden Fall! Okay, aber wir sehen hier nichts weiter. Oh! Oh! Scheiße! Fuck! Der hat mich fertig gemacht! Echt jetzt! Ah, okay, jetzt kommen wir hier runter und... Können dann mit... Ich muss gerade mal weitermachen, ich müsste mal hart schimpeln grad. Okay, ich probier's! Okay, Alter! Ich kenn die Steuerung immer nicht! Womit steuer ich denn? Ah, hier wird okay! Ja, genau. Alles andere wird ja erklärt. Ich bin gleich wieder da! Knüpfe! So, X. Ich drücke mal X. So, ich sag gleich dazu... Ich kann die Steuerung nicht, deswegen... Könnte es vielleicht zu Komplikationen kommen. Aber ich geb mir Mühe. Und ich glaube mal, wir sollten jetzt wieder zu der Kapel laufen, da wir ja die Karte haben. Könnten wir jetzt hier reinkommen. So... Betreten wir sie? Betreten sie. Und... R2, wo ist das? Was? Er ist... Hä? Wo ist denn er? Er ist... Ah! Okay. Guter Junge. Aber ich kann das nicht alleine spielen. 2... Und 3... Ah! 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 Lieber Hund... Lieber Wolf... Sei friedlich, bitte, 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 bitte! Ah! 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 Ey. Wie geht das denn hier? Ich kann hier nichts drücken. Wie geht das denn? Wie entscheidet man sich denn hier? Was ist denn überhaupt der S? Rechter Stick. War da erstmal kurz? Alter, ich habe das voll schlimm. Keine Ahnung, was passiert ist, aber ich bin gerade aus dem Bad gegangen und wollte in der Küche was zu trinken holen. Gehe aus dem Bad, höre ihn schreien, oh, Alter, Alter. Gehe in die Küche, höre aus dem Wohnzimmer auf einmal wieder, oh, Alter, Alter. Und den S-Time voll an zu grüllen verlassen. Das war gerade einfach geil. Ach du Scheiße. Achso, wenn ich jetzt hier, wenn da jetzt RS steht, dann muss ich hier in die Richtung drücken, was ich aus möchte. Mit dem rechten Stick gedrückt halten, ja. Das habe ich doch gerade gemacht, warum tun wir es nicht. Genau. Huh. Ja, guter Junge, ja. Ja, Kleiner. Gefällt dir das? Oh. Der hat mich gerade erschrocken, aber jetzt ist er ganz lieb. Ja, ist lieber. Guter Junge. Oh, fuck, ey. Cool. Jetzt ist der süß. Ja, wir sind Freunde. Abgefahren. Ja, Kleiner. Gefällt dir das? Ja. Okay. Das hörst du gerne. Ja. Guter Junge. Guter Junge. Wieso? Neuer Charakter-Beziehungsaufbau zum Wolf. Oh, der ist süß. Ja, behalten. Ja, behalten wär cool. Okay, ich glaub das war's. Mir geht da nicht, oder? Nein. Verdammt, ich wollte das nicht nochmal machen. Ja, ja, ja. Der hilft uns noch. Ähm, bitte keinen Spoiler. Ganz wichtig. Keinen, keinen Spoiler, bitte. So. Jetzt gehen wir mal hier rum. Und schauen mal, was die Kapelle so für Geheimnisse birgt. Ja. So, was haben wir hier? Nix. Also, solche Gitter in einer Kapelle sind auch eher unüblich. Mal da gucken. Exorzismus oder so. Bestimmt, für alle Fälle, ne? Bestimmte katholische Leute. Als man den Priester mal einsperren muss. Hier geht's nicht weiter, ist auch nichts. Aber ich seh schon, da blinkt etwas. Wir sollten bestimmt mal... Auf dem Tisch? Geht bestimmt auch irgendwas? Nee. Nee, ist nichts. Oh, nichts. Ein quemer Sessel. Für alle Fälle. Gucken wir mal hier rein. Das da. Okay. Ja, du musst manchmal jeden Schritt tatsächlich. Scheiße, ey. Ah! Die Knöchelchen! Lecker Knachen! Ja, dann pack ein das Ding. Cool. Den gibt's mit unserem Kumpel, hm? Ja, wofür? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Wie lau ist das nicht? Mein Bettländerchen. Vielleicht kann ich damit die Wölfe besänftigen. Die Wölfe. Er spricht nicht von dem Wolf. Vielleicht sollten wir den Knochen behalten, falls wir ihn später brauchen. Aber da lagen noch mehrere drinne. Die Frage ist, ob wir noch mal rankommen. Ja, genau. Ja. Ob wir jetzt noch einen nehmen können, meine ich. Ach so. Ganz brav. Ruhig. Der sieht jetzt aber nicht besonders glücklich damit aus. Ach, Kack, Wolf. Vielleicht sollten wir den doch behalten. Ja, will ich ja. Okay, guck mal, ob du noch einen Knochen kriegst jetzt. Ja. Kann man nicht irgendwie auch rennen oder so was? Ja, wenn du R1 gedrückt hältst. Äh, L1 meine ich. Ah, dann läuft der ein bisschen schneller. Dann läuft der ein bisschen schneller. Das dürfte schon mal helfen. Lola, 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 Lola. Ein Knochen bitte. Tja, Scheiße. Mist. Vielleicht kriegen wir es auch so hin. Vielleicht kommen wir einen Knochen auch nicht. Kein Knochen nicht. Keine Ahnung. Na gut. Wenn nicht, habe ich es jetzt verbockt. Ah, selbe Zigarre wie im Dings. Glaub ich jedenfalls. Ja, sieht so aus. Du kannst, glaub ich, nochmal nehmen. Das gedrückt halten, genau. Und dann kannst du, glaube ich, drehen. Manchmal kommt dann noch mal was dazu halt. Ja, das war's. Nun denn. Nun denn. Fernseher hat er auch. Also der ist ja echt schön eingerichtet hier, der Kerl. Fernseher ohne Stromkabel läuft. Stimmt. Was geht ab? Skaden. Oh, Bigfoot. Bigfoot. Geil. Bigfoot. 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 Cool. Local man found dead. Liars. Guck mal, unten rechts. Local man found dead. Das ist der Typ von den Erinnerungen ganz am Anfang. Dasselbe Bild. Und dann Lügner. Könnte in der Stand sein. Stimmt. Du hast recht. Footprints found. Was sind die Bergmänner? Ja. 14 missing. In the mountains. Jetzt sind aber nur 14 vermittelt. Das ist... Das fehlen aber welche. Das ist merkwürdig mit den Zahlen, ja. Ah, 12 wurden gefunden, ne? 14 werden vermisst. Was ist mit den restlichen 6? Okay. Ist da... Ne, Luki, Luki, Luki. Schade. Sehr schade. Feuer für meinen Schnucki. Was ist hier? Ah, die Jacke von ihm. Ah, die Jacke. Also von dem Typ. Was haben wir denn hier? Ah, die Jacke von ihm anziehen. Ach, das ist eine Pistole. Komm schon an! Oh, du hast es kaputt. Oh, du hast es kaputt. Okay. Oh Gott! Ah, hier! Ja! Nicht sicher! Und auf Sparkay 20! Ich begrüße dich auch! Ich sehe, dass du da bist! Da auf das Schloss! Was auch gar nicht laut ist! Ja, ja, ja! Nee, ähm, ne? Da! Das war laut! Ja! So, aber jetzt kannst du weitermachen! Okay! Ja! Na gut! Dann lass mich mal wieder! So! Äh, na, da-da-da! Ähm, hoch! Wollt gar nicht hier! Ach, mir wurde sogar geholfen, richtig das Ding nach rechts! Mehrmals, oder? Ja! Aber es ist, wenn man manchmal im Spiel ist und mit dem Delay, das ist manchmal ist es ein bisschen doof, tatsächlich! Und wenn man überhaupt gar keine ... ... die Bezeichnung von dem Controller knüpfen, das Dix hat... Upsa! Nein! Verdammt! Was war das? Die Wundermänner! Die Wundermänner! Ist mir mal außerhand gefallen, das Ding! Schups! Die Wundermänner! Die erfolgreiche Rettung aller zwölf eingeschlossenen Bergarbeitern beim Umklimm vom 5. Januar 52! Ach, die sehen aber alle sehr nett aus! Das sind, guck mal, oder? Der hat einen Bart wie, äh, hier, Lemmy! Das ist Lemmy! Das ist Lemmy! Was ist Lemmy? Das ist Helfer! Okay! Ist ein gutes Spiel, finde ich! Okay, und hier sieht's aus wie ein Totem! Ein Totem! Ein schwarzer Totem! Weißer Totem! Ein Elch! Ich weiß immer nicht, was ich nehmen soll! Die Umrandung oder das Ding an sich? Schwarz! Wir sollten das Feuerzeug wegwerfen! Ja! Ganz weit! Ganz weit! Okay, pass mal auf! Hier geht ne Treppe runter! Pass mal auf! Aber hier ging auch noch der Raum weiter! Ah ne, ich glaub, hier ist Ende Gelände, ne? Ja! Geht's hier irgendwie? Nope! Okay, wir müssen die Treppe runter! Okay! Das war ein Lichtschalter! Woher kommen wir nicht hin? Tja, dann Prost euch! Sie sind lost! Okay! Maus, was soll das? Jedes Mal, wenn ich den Hund streiche, das war ein Versehen! Ich sag's nur! Hast du dir ganz im Auge gefasst? Naja, hat gejuckt! Fiegt sich! Ist hier irgendwie in den Niedsch? Ja, fiegt jemand! Ja, sag's so was nicht! Ich will... Warte mal mal, was hier irgendwas? Geh's hier rein? Nein! Wieso ist die Ecke hinten so dunkel? Damit ich dich besser sehen kann! Naja, ich merk das schon! Ich mag dunkle Ecke eigentlich jetzt nicht so! Siehst du das, als für Dunkelheit? Wie der Psychoanalytiker sagte! Im Spiel halt! Guck mal, hier haben wir was! Guck mal da! Was haben wir hier? Nochmal so ne Kiste? So ein Fass! Yes! Natürlich! So! Aufschießen! Ja, hat ja eben auch geklappt, ne? Ja! Was hat der denn jetzt vorhin? Was ist das denn? Ei, 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 ei! Ach du Scheiße! Yep! Äh, weg! Keine gute Idee gewesen, ne? Oh fuck! Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Chill doch nicht so! Renn weg, ey! Shit! Ah! 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 Ah!